Ich stehe hier vor einem riesigen LKW, aber jeder spricht doch nur noch von Cargo-Bikes oder Lastenrädern. Ja genau, und darum geht es auch. Weil sind wir doch mal ganz ehrlich, es kann sich doch nicht jeder so einen LKW kaufen. Nur damit man mal ein paar Lasten transportieren kann oder vielleicht sogar die Kinder oder auch, ja, vielleicht auch der Hund. Die Katze natürlich auch. Aber ob die Katze so gerne Fahrrad fährt, das weiß ich auch nicht. Naja, was ich dir aber sagen möchte. Wir haben die aktuellsten Lastenräder von Riese & Müller hier im Haus zum Probefahren. Und ich stelle sie dir einmal kurz vor. Das Transporter 85, das Pexta 70, Transporter 2 65 und Transporter 2 85. Und das Transporter 2 85 ist so groß, da passt selbst ich mit 1,90 Meter rein. Es ist zwar noch kalt, aber das gute Wetter kommt und Fahrradfahren geht auch bei schlechtem Wetter. Darum, komm vorbei nach Jaderberg 26349, Jaderberg am Esch 2, da findest du uns. Und dann kannst du einfach mal eine Probefahrt machen. Bis dahin. 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 Vielen Dank.